Der Urlaub kann kommen. Die taffe Lumix Outdoor-Kamera FT1 ist perfekt gerüstet. Das war groß, ne? Sie ist wasserdicht bis drei Meter. Das heißt, ich kann ohne Probleme Foto- und Videoaufnahmen unter Wasser machen. Sie ist tough. Ich kann sie bis zu einer Fallhöhe von 1,5 Meter fallen lassen. Und hier kann Staub und Sand nichts anhaben. Das heißt, für meine gesamte Familie ist diese Kamera voll einsatzfähig am Strand oder bei meinem Wassersport zum Beispiel. Passend zum Sommer und zum Sonnenschein wird die Lumix FT1 nicht nur in Silber angeboten, sondern auch in diesem modernen Orange und einem schönen Türkis-Blau. Natürlich ist sie ausgestattet auch mit dem optischen Bildstabilisator oder auch mit der intelligenten Automatik für eine einfache Bedienung. Videos nimmt sie im AVCHD-Light-Format auf, dem neuen Video-Standard für hochauflösende Videos. Perfekte Fotos und Videos, die Lumix FT1. guckte Fotos und Videos, die